Sehr geehrter Herr Bürgermeister Klaus Luba und sein Team, sehr geehrter Herr Murad Basar, der Obmann von Alif, sehr geehrter Herr Bilal Esmael, der Obmann vom syrischen Verein El Salam, liebe Freunde und Geschwister, Wir haben uns hier versammelt, um unsere Gedanken und unser Mitgefühl den Opfern des schrecklichen Erdbebens in der Türkei und in Syrien auszudrücken. Unsere Herzen sind gebrochen. Im Namen der Veranstalterinnen dieses Treffens möchte ich mich herzlich bedanken, dass sie unserer Einladung gefolgt sind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Amin Wir bedanken uns den Herrn Klaus Brugger, der Bürgermeister von Lins. Für diese Initiative, die erlaubt ist, dass man einen Gedanken und auch die Gefühle zeigen wird, die Angehörigen der Opfer und die Opfer sind. Danke. 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 Vielen Dank.